Er ist Urs 2. Er ist einer meiner grössten Fan. Er ist ein richtiger Routinier-Urs. Du bist ja auch immer auf Frankfurt mit dabei. Wie kalt ist es denn eigentlich so süss? Ja, also immer gut natürlich. Wenn es sich nahe ist, bin ich dabei. Hier im heissen Schanzengraben, dort bin ich natürlich dabei. Es ist immer aufgestellte, liebe Frau. Ja, also du bist ein richtiger Fan? Ja, ja, selbstverständlich. Also eigentlich kommen wir hier nur bei Nathalie. Also du bleibst mir eigentlich treu in der viel schlechter Rennfahrerzeit. Sicher.